Du bist Fotograf und hast noch keine Idee, was du deinen Freunden oder deiner Familie zu Weihnachten schenken sollst. Es gibt ja ganz viele Videos für Geschenkideen für Fotografen, aber es gibt keine Videos für Geschenkideen von Fotografen. Das ändert sich heute. Hier sind meine Geschenktipps für dich als Fotograf für Normalos. Und der Adventskalender ist natürlich auch nach wie vor am Start. Heute gibt es was von Whitewall zu gewinnen, die gleichzeitig mehr oder weniger auch Sponsor dieses Videos sind, weil viele Ideen kommen, auch direkt von Whitewall, die man dort bestellen kann. Ich kriege zwar kein Geld für dieses Video, aber Whitewall stellt für den Adventskalender hier, wie gesagt, etwas für euch zur Verfügung, was ihr gewinnen könnt. Und zwar geht es um die Artbox, die Geschenkedition. Dort könnt ihr also eine Geschenkbox gewinnen, könnt das mit eurem eigenen Foto natürlich individualisieren und dann verschenken. Das zweimal heute in der Verlosung. Wenn du mitmachen möchtest, einfach dem ersten Link in der Videobeschreibung folgen und da einmal deine E-Mail-Adresse angeben. Und dann bist du auch schon in der Verlosung für heute und für alle weiteren mit dabei. Ganz viel Glück dabei und jetzt ab zu den Ideen. Die erste Idee ist auch gleich die Artbox in der Geschenkedition. Also falls du heute nicht das Glück haben solltest, morgen früh werden die Gewinner ja schon bekannt gegeben, dann kannst du das natürlich auch ganz normal über Whitewall bestellen und es gibt ja aktuell auch eine Aktion mit mir und mit Whitewall. Du kannst ja auch nochmal 10% Vorteil bekommen mit dem Code, der unten in der Videobeschreibung ist und damit also auch nochmal ordentlich Geld sparen. Die Artbox ist für mich ein richtig gutes Geschenk, weil es wie gesagt in so einer Box auch nochmal ankommt. Es sieht sehr hochwertig aus und dadurch kannst du deine Fotografie natürlich auch super präsentieren und deinen Freunden oder deine Familie schenken. Idee Nummer 2 ist der klassische Druck und zwar entweder auf Alu-Di-Bond, auf Acrylglas oder hinter Acrylglas. Du kannst es auch auf normalen Fotoabzug machen und Rahmen das Ganze. Du kannst es auf Leinwand ziehen. Da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie du dein Foto als Bild an die Wand bringen kannst bei deinen Freunden oder deiner Familie. Was da genau die Unterschiede sind, dazu habe ich letztens erst ein Video gemacht, wo es um Bilder drucken ging. Da habe ich mir so eine komplette Fotowand gemacht und da sind auch verschiedene Materialien dann mit am Start. Da kannst du einfach mal reinschauen und dich da so ein bisschen inspirieren lassen. Aber es gibt unterschiedliche Größen, es gibt unterschiedliche Materialien und einfach deine Fotografie ausgedruckt jemandem zu schenken, der das dann selber irgendwo in seiner Wohnung, in seinem Haus an die Wand hängen kann und das dann auch jeden Tag sieht, Das ist ein unfassbar schönes Geschenk und gerade wenn deine Fotografie vielleicht auch bei deinen Freunden, deiner Familie gut ankommt, umso besser. Also das ist Idee Nummer zwei. Idee Nummer drei kommt jetzt tatsächlich mal nicht von Whitewall. Da geht es einfach darum, dass du deinen Freunden oder deiner Familie ein Fotoshooting schenken kannst. Wenn du zum Beispiel auch in der Portraitfotografie unterwegs bist, dann einfach mal deinen Freunden ein Fotoshooting schenken und du kannst ja die Bilder dann auch im Nachgang nochmal ausdrucken. Du kannst sie aber auch digital weitergeben, damit sie die zum Beispiel für soziale Netzwerke nutzen können und so weiter. Ich glaube, jeder freut sich darüber, wenn er mal schöne und professionelle Bilder von sich bekommt und ich kann es dir nur empfehlen, einfach mal ein Fotoshooting zu verschenken. Muss ja auch kein Portraitfotoshooting sein, kann ja auch einfach sein, dass du irgendwas anderes für die Person fotografierst. Also das ist auf jeden Fall auch eine coole Idee, wie ich finde. Macht man, glaube ich, viel zu selten. Idee Nummer vier ist ein Fotokalender. Fotokalender kannst du auch auf Whitewall bestellen. Es ist natürlich jetzt schon relativ spät. Du müsstest dich beeilen, damit du fürs neue Jahr den Kalender noch bekommst, aber es ist möglich. Und da ist natürlich auch wieder super, eigentlich jetzt in der Jahreszeit, weil du bekommst den Kalender quasi dann eine Woche, bevor das neue Jahr losgeht, eigentlich genau perfekt, um einen Fotokalender zu verschicken. Und da kannst du nicht nur ein Motiv, sondern gleich zwölf oder dreizehn Motive inklusive Coverbild verschenken. Und das ändert sich dann auch jeden Monat. Es hängt ein ganzes Jahr an der Wand. Also das ist auf jeden Fall auch eine coole Möglichkeit. Und es ist natürlich auch nicht ganz so teuer, wie wenn man sich vielleicht so ein Wandbild auf Aludibond oder hinter Acrylglas aufzieht und dann bestellt. Da ist so ein Fotokalender natürlich ein bisschen günstiger und gleichzeitig hat man noch mehr Motive zur Auswahl. Und Geschenkidee Nummer fünf, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist tatsächlich der Foto-Acrylblock. Das ist also Acrylglas in sehr, sehr dicker Dimension und da kannst du dein Foto dahinter machen. Es hat eine sehr coole dreidimensionale Wirkung. Du kannst diesen Acrylblock überall auf den Tisch stellen zum Beispiel, auf ein Regal. Es ist also eine andere Form, einfach nochmal deine Fotos zu präsentieren. Hängt nicht an der Wand, sondern kann tatsächlich irgendwo stehen als Dekoration. Und das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, wie du deine Fotos verschenken kannst, weil es mal was völlig anderes ist. Weil es nicht das normale Bild quasi an der Wand ist, sondern weil es etwas Besonderes ist. Ein Hingucker auf jeden Fall überall, wo es steht. Und das kann ich nur empfehlen. Und falls du darauf Bock hast, dann auf jeden Fall Foto-Acrylblock. Auch eine ganz besondere Geschenkvariante. Das waren fünf Ideen. Wie gesagt, es gibt für Whitewall 10% nochmal Vorteil. Einfach den Code unten in der Videobeschreibung mal checken. Und dann kannst du auf deiner Bestellung auch nochmal 10% Vorteil bekommen. Das kann ich dir nur empfehlen. Heute in der Verlosung im Adventskalender haben wir, wie gesagt, auch zwei Artboxen in der Geschenkbox mit dabei. Wenn du da aber nicht gewinnen solltest, dann, wie gesagt, kannst du auch diese 10% nochmal benutzen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns dann auch im nächsten Video wiedersehen. Das kommt ja direkt morgen. Und dann geht es auch direkt mit der nächsten Verlosung weiter. An dieser Stelle nochmal ganz großes Dankeschön an Whitewall, die auch hier das ganze Projekt mit dem Adventskalender und so weiter unterstützen. Und eine kleine Verlosung auch für euch vorbereitet haben. Also wir sehen uns morgen wieder. Ciao.